Herzlich willkommen zurück, Geschwungkulin, Freundinnen und Freunde der World of Warcraft Classic. Mein Name heißt Andreas und heute möchte ich euch den zweiten Teil meiner Staffel Ich investiere in die Burning Crusade bzw. in den Pre-Patch vorstellen. Und zwar hatte ich ja vor ein paar Tagen schon ein Video gemacht, das ich über 8.000 Erz und Barren eingekauft habe für das Juwelenschleifen. Und ich wollte ja diese Meme-Größe, over 9000, wollte ich ja knacken. Habe ich nicht geschafft, heute habe ich das geschafft, es sind sogar 10.000 Stoffe. Aber um dieses Meme zu bedienen, nehme ich natürlich symbolisch die 9000, das ist natürlich ganz klar. Und ich habe tatsächlich wieder ein bisschen wie ein Bekloppter losgelegt. Und so sieht das dann aus, wenn jemand irgendwie rund 10.000 Stoffe kauft. Im Wesentlichen sind es die Grundstoffe, die ihr alle kennt. Es ist kleinen Stoff, es ist Vollstoff, Seiden, Magie und Rudenstoff. Und dazu kommt noch ein bisschen Klein- und Daddelkram, den man benötigt. Und ich habe ja vor ein paar Tagen dieses Video gemacht. Ich referenziere darauf, da habe ich nochmal ein bisschen mein Mindset hergeleitet und euch vorgestellt, warum ich das mache, warum ich diese Investitionschancen sehe. Ich isoliere Juwelenschleifen, weil es ein neuer Beruf ist. Schneiderei ist gar kein neuer Beruf. Stoffe kann ich auch ziemlich gut und zielgerichtet nachfarmeln, sogar ohne Konkurrenz durch die Instanzen und Dungeons. Das bekommt man ganz gut hin. Allerdings glaube ich auch, dass hier die Spielerinnen und Spieler keinen Plan haben, was die Dimension betrifft. Denn macht euch bitte klar, dass wir hier wieder über eine neue Expansion sprechen in dem damaligen Pop-Culture-Phänomen WoW Vanilla-Classic. Es werden jetzt sehr viele Spielerinnen und Spieler zurückkommen, erstens. Zweitens werden ganz viele einsteigen, die gesagt haben, oh, Classic-Server, okay. Ihr holt mich ab, sobald ihr Burning Crusade freigebt. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die vielleicht bis heute noch auf den Privatservern spielen und sagen, ja, auch da holt mich Vanilla-Classic noch nicht so ab. Aber sobald Blizzard die Burning Crusade bringt, dann zahle ich auch offiziell. Das sind drei Gruppen. So, drei Gruppen. Das war jetzt ein bisschen eine kleine Film-Einspielung auf Inglourious Bustards. Einige von euch kennen die Szene in der kleinen Schankwirtschaft dort im Keller. Die wissen, was ich meine. Aber wie gesagt, es kommen drei Gruppen zurück an Spielerinnen und Spielern. Und ich möchte das jetzt hier ein bisschen abkürzen. Ich habe im Wesentlichen zu dem Thema, warum ich das hier so gemacht habe, ja alles schon gesagt und auch hergeleitet. Das Video werde ich verlinken. Verlinken werde ich auch den Guide von Goldgoblin Chris und den von Wowhead. Denn hier sind nochmal zwei gute Übersichten aggregiert, was ihr benötigt so an Stoffen. Und Chris hat hier so eine Stacks-Sicht, eine Stacks-Mimik mit dem unverwüstlichen Leder. Das finden wir hier auch auf der Wowhead-Seite. Und wenn ihr das einfach mal zusammenrechnet, ich lasse das Leder mal raus, dann stellt ihr fest, dass wir bummelig bei 2000 Stoffen landen. 2000 Stoffe, die man braucht, von 1 bis 300. Und ich war gestern in einem Stream, habe ich zugeguckt, bisschen bei Mausenlel. Die Pfeiler war da. Marc Seltas war als Gast eingeladen. Mann am Rucksack war da. Und Seltas kam gar nicht so dazu, das Thema Gold zu pointieren. Marc, das machen wir nochmal an anderer Stelle. Ja, wir finden irgendwie ein Format, in dem wir uns austauschen. Idealerweise vielleicht. Ich weiß nicht, ob Exitus dazu Bock hat. Der ist noch nicht so im Klassik-Hype. Vielleicht kommt das ja noch. Wird das zeitlich auch nicht schaffen. Auch ich werde mich entscheiden müssen. Ich fahre jetzt im Moment mal die Klassik-Schiene. Und ich weiß, dass Gold-Goblin Chris auch ein Auge auf Klassik geworfen hat. Chris, ich weiß es ganz genau. Also mal gucken, wie lange er dem Hype widersteht. Und sein Content nicht doch auch ein bisschen mit einem Schwerpunkt Richtung Klassik schiebt. Ich bin gespannt. Ich werde euch das hier verlinken. Denn es passt so aggregiert. Als Pi mal Daumen. Und ergänzend möchte ich auch hier nochmal das, was ich schon verschriftlicht hatte. Für das Juwelenschleifen hier auch nochmal kurz zusammenfassen. So ein paar Gedanken für euch. Dass ihr das einfach nur kurz parat habt. Also die Schneider können vor allem für die Stoffklassen Pre-Raid Best-in-Slot-Sachen produzieren. Mit anderen Worten, das sind Gegenstände, die man trägt. Die Bind-on-Equip oder Bind-on-Pick-up sind. Die wirklich die besten Stats haben, bis sie ersetzt werden durch Drops aus den Raids. RNG ist da ein Thema. Da muss man dann erstmal rankommen. Oder wenn man nachher zielgerechnet über Marken und sowas farmt. Und wir haben noch PvP, diese ganzen Geschichten. Aber nehmt erstmal so hin, dass Best-in-Slot-Rüstung für Stoffis hier ein ganz großes Thema sind. Und deswegen wird auch das Thema Schneiderei ein absoluter Blockbuster. Ich habe jetzt zusammengerechnet diese 2000 Stoffe. Geht bitte davon aus, dass wir bei nur 500 Chars, und das klingt viel, das ist ein Witz. Geht bitte davon aus, dass durch diese Spezialisierungen manche 2, 3, vielleicht 4 Schneider haben werden. Aufgrund dieser Cooldown-Systematik. Dann habt ihr die ganzen neuen Spielerinnen und Spieler. Wir haben sehr viele Stoffklassen. Und oft lernen die natürlich auch Schneiderei. Ein Magier, ein Hexenmeister lernt jetzt nicht unbedingt Bergbau und Ingenieurskunst. Es sei denn, sie beschäftigen sich mit PvP. Das ist dann eine gute Kombination. Üblicherweise sind Schneiderei und Verzauberungskunst. Und dazu komme ich gleich nochmal. Sehr beliebte Kombinationen. Und bei 500 Chars sprechen wir von einer Million Stoffen. Ich bin jetzt nur bei 1 bis 300. Mit der Burning-Croset-Schnaderei werde ich mich separat beschäftigen. Ich möchte hier den Haken dran haben. Rechnet bitte nach. 500 Chars, die von 1 bis 300 durchskillen, brauchen bummelig mit allem drum und dran eine Million Stoffe. Guckt mal kurz in euer Aha, wie viel denn da ist. Die Leute haben keinen Plan. Die haben gar keinen Plan, über welche Summen und Massen wir hier sprechen. Auch wenn das nicht alles am Tag 1 ist. Also viele denken, Andreas, das ist jetzt schon der Pre-Patch, ist 5 Stunden live. Ich habe noch nicht alles verkauft. Ja und? Ja, natürlich nicht. Wie soll denn das auch gehen? Es geht um diese Welle und es geht um diese Langfristigkeit, das zu bedienen. Und denkt bitte auch daran, dass wenn wir über dieses Zeug reden, die Inflation wird auch ein Thema. Es kommt mehr Gold rein durch die Burning-Croset. Es wird auch Gold rausgezogen durch die Flugmounds. Dann war es das erstmal. Aber die Preise ziehen an. Also ich bekomme auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen mehr Gold. Nachher langfristig. Ich mache mir da nicht so die Sorgen. Natürlich muss man das wieder in der Gesamtsicht sehen. Gold ist dann auch weniger wert. Wenn ich nachher Leinenstoff für das Dreifache verkaufe. Ich bekomme das Dreifache. Aber durch die Quests und durch das Rohgold hebt sich das wieder auf. Aber ich will damit nur sagen, ich bin mir sicher, dass ich das zu dem geeigneten richtigen Marktwert wieder abstoße. Und damit bin ich safe. Dass ich auf jeden Fall eine Wertschöpfung durch Profit hier erziele. Das ist mein Mindset. Das ist meine Sicht. Und das wollte ich euch vermitteln. Noch weitere Gedanken kurz dazu. Das hatte ich... Das hier, genau. Das wird oft vergessen. Gerade ab Seidenstoff braucht ihr vier Stoffe für einen Ballen. Bei Magiestoff und Rundenstoff braucht ihr schon derer fünf. Nur mal so, um auch nochmal diese Massen deutlich zu machen. Und ebenso sagte ich doch gerade, Verzauberungskunst wird gerne kombiniert mit der Schneiderei. Warum? Es korrespondiert super. Weil die Schneiderei ein toller Lieferant ist für den Shuffle-Prozess. Nämlich ich produziere die Sachen, die ich sowieso im Overfloor habe. Im totalen Überschuss wird entzaubert. Und ich habe die Materialien. Mit denen kann ich dann die Verzauberungskunst skillen. Denn die benötige ich ja auch. Das wird total oft vergessen. Man hat immer nur diesen Fokus auf die Schneiderei. Leute, Schneiderei ist auch der super Shuffle-Lieferant. Das heißt, die Nachfrage hier oben. Würde er noch größer oder wird sie geringer? Klar, ne? So, soweit erstmal dazu. Und, wer spielt denn dann noch im Wesentlichen den ganzen alten Kram? Wenn wir die Burning Crusade erleben und erfahren wollen. Das auch nochmal als Gedanken. Wenn man sagt, ja, okay, ja, muss ich noch ein paar Mal Kloster rennen. Wer hat denn Bock, Kloster zu rennen, wenn ich mit den Zangermarschen schon mal eine Quest abarbeiten kann? Mit Verlaub, Leute. Vielleicht liege ich auch total falsch. Das mag ja sein. Ich berichte, ich reflektiere auch nur, auch über die Geschichten, an die ich mich noch erinnere, damals aus der Zeit. So, weiter geht's. DB Marketpreis, auch das. Magikstoff kann mit 6 oder 7 Silber bei euch jetzt schon viel zu teuer sein. Das auch nur nochmal so als Gedanken. Also, kauft jetzt nicht blind rein. Schon in die angezogene Nachfrage. Solche Videos und diese Themen sorgen natürlich auch dafür, dass sich auf den Servern etwas tut in den Ökonomien. Und das ist ja auch gut so. Also, seid da defensiv. Achtet auf die DB Marketpreise. Kauft die Damper raus. Es kauft ein bisschen ein. Es mag ja nur für eure Infrastruktur und euer Setup reichen. Dass ihr eure Charts soweit bereit habt. Ja, für ein oder zwei Charts die Juwelen steifen lernen. Einer sollte reichen. Aber vielleicht für zwei Schneider. Dann seid ihr erstmal ausgestattet und gut gerüstet. Letzter Punkt. Mondstoff. Da habe ich so viel Fehlinformationen, Desinformationen erfahren. Ich könnte mir die Haare raufen. Und ich habe euch nochmal eingefügt. Also, mit dem Patch 243 seinerzeit, 2008, ist das Thema Mondstoff und Cooldown entfernt worden. Das heißt, im Rahmen der Bidding Crusade verschwindet der Mondstoff. So, Investitionen, die ich mehr als einmal schon gelesen habe. Investitionstipps in Mondstoffe. Spült sie das Klo runter. Leute, vergesst es. Was ihr machen könnt, ihr könnt damit natürlich skillen. Ihr könnt es für Skillpunkte nutzen. Das ist gar kein Thema. Das, was ihr habt, lasst es gerne liegen. Ihr könnt es auch für die Taschen nutzen. Aber, Leute, es kommen die Nässerstoffbeutel. So, und die haben dann schon 16 Slots. So, und damit sorgen wir auch sowieso für eine Entwertung, was Mondstoff angeht. Das bitte ich nochmal zu bedenken. Und das Nächste ist, findet ihr denn hier, bei Chris auf der Seite und in dem Wowhead Guide, findet ihr hier irgendwas von Mondstoff bei 1 bis 300? Relevanz 0. Relevanz ist 0. Das Einzige, was nachher relevant wird, ist tatsächlich die Geschichte Transmog. So, die kam aber erst relativ spät zum Kataklysm, zu der Expansion. Und damit zog auch sowas wie Mondstoff. Ich sagte ja in meinem letzten Stream, ich glaube auch im Goldcast, dass ich für über 20.000 Gold Mondstoff verkauft hatte. Dass ich einfach nur geparkt habe. Warum? Weil jemand das für Transmog dann braucht. So, damit hat es wieder eine Aufwertung. Jetzt erstmal, pass bitte auf. Was Mondstoff angeht, witzigerweise, das dazugehörige Urmaterial, nämlich um diesen Cooldown zu bedienen. Teufelsstoff, der wird dann eher teurer. Warum? Wenn dieses Gate einfach niedergerissen wurde, dann komme ich natürlich schneller an diesen Produktionsprozess. Und damit habe ich auch mehr Nachfrage nach dem Ursprungsmaterial. Das ist eher so eine Geschichte. Aber immer wenn ich etwas lese zu den tollen Mondstoffinvestitionen, zu der Burning Crusade, Leute, löschen. Das ist alles Quatsch. So, das war's. Das sind meine Gedanken. Damit ich euch ganz schnell jetzt schon in das Wochenende entlasse. Und, ähm, muss man nicht so machen, kann man machen. Es geht nur darum, ich möchte nur einmal illustrieren, so geht Andreas Sarant, das ist mein Mindset. Ich sehe das als eine gute kurzfristige Investition für den Pre-Patch und langfristig jetzt auch für die ganzen Nachtzügler. Denn diese drei Gruppen, wann und wie und wo sollen die das eigentlich alles farmen? Ja klar, haben die kein Gold, die können das nicht bezahlen. Ja okay, das bedeutet dann aber, dass die, die es dann kaufen, wenn so wenig da ist und es ist so teuer im Auktionshaus. Wenn sie kaufen, kaufen sie es bei euch für mehrere Goldstücke und genau so soll das sein, ihr Lieben. Das wollte ich einfach damit nochmal deutlich machen. Das waren meine 10.000 Stoffe und ich freue mich, ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr uns besuchen mögt in unserer schon coolen World of Warcraft Discord Community. Äh, werde ich mich wahrscheinlich eher im Klassikbereich rumtreiben und, äh, weil mir das gerade mehr Spaß macht. Also ich hab da gerade total Bock zu und man kann in Retail in den Schattenlanden so viel machen, aber es ist ein zeitliches Thema. Ich werde mich fokussieren müssen und im Moment bockt mich Klassik wesentlich mehr. Und als Retail-Multimillionär sein Unwesen mal in der Klassik zu treiben, so ein bisschen fokussiert, hat irgendwie auch seinen Reiz, finde ich. Es ist so, ich muss dort mehr arbeiten als in Retail. In Retail muss ich nicht mehr arbeiten für die erste, zweite, x-te Million. Das sieht hier, aber anders aus als in Klassik. Und das reizt mich total und das macht mir so viel Spaß. So, jetzt sind wir durch. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und tschüss.